Jazz-Brunch hieß es am Sonntagvormittag beim Lienzener Kinokaffee. Der Rotterney-Club in Lienz veranstaltete gemeinsam mit den Ost-Tiroler Tänzer-Arenen am Sonntag, den 22. Oktober, einen Brunch unter dem Motto Sucks and More. Zahlreiche Besucher konnten sich das nicht entgehen lassen. Der Eintritt war freiwillige Spenden. Diese von zahlreichen Sponsoren unterstützte Benefizveranstaltung sammelte Spenden für das Projekt Tanzlust. Zur Prävention von Alterseinsamkeit. Und steht unter den Ehrenschutz der Bürgermeisterin der Stadt Lienz, Elisabeth Planig. Der Erlös der Charity-Veranstaltung kommt dem Verein Tanzen ab der Lebensmitte zugute. Nur heißt er dort nicht so, sondern er heißt Seniorenkanzl international. So wird auch unsere Bezeichnung in Zukunft sein. Es sind, es hatten sich 2000 Tänzerinnen und Tänzer getrunken, drei Tage getanzt und Fröhlichkeit. Alle sind gesagt, ich war nicht dabei, es war auch finanziell natürlich ein bisschen Frage. Es kostet 3000... Ja, ich macht euch eine Dachung.